was gibt youtube erste mal tv ist hier und wir spielen heute eine runde edu leute zeige ich euch heute mal mein team so damit ihr auch die hausseht ein choice bags mann bin ich kreativ und ich habe die gerade frisch gemacht und sich ein game gespielt es weh weil mir dazu nix einfällt auch hyper offensive mit der software ist einfach so schlitzerino der holy cobra agri weil ich eher doch ein fluss hier ja in juni mal gucken was passiert los geht's ich habe irgendjemand findet jetzt das zweite part den ich recht miteinander aufnehmen dann wird um 18 ankommen ja ich habe das gefühlt in dieser zeit wirklich noch eine new Glitch City Untergrund Das ganze Game Eigentlich immer bei mir Ah Guck mal Starkes Team hat der Ähm Ich glaube Start mit Spitzerino Gut Da ging's gegen, ne? Earthquake Mit Earthquake Lässt sich das hier regeln Er hat kein Switch in für Earthbeben Und geht auf Protect Er scoutet Ähm Ich weiß gar nicht Dune ist einfach normal Ja, guck mal Er denkt jetzt halt Er outplayt mit seinem Sash Ah, wir sind einfach Wir sind einfach Wir sind einfach Aquajet Und ficken damit den Plan So gehört sich das Outplay Sun Ja Ja Ähm Das ist wahrscheinlich Die Kampfattacke Ähm Ich hab' mir gerne mal in SW Ich hab' mir gerne mal in SW Take out Kann ich mit leben Und dann geht's einfach Ein Thunderball Uldor Erd Return Der Räuden Splasher Komm, stink Du gehst einfach mal Auf meine Slutschbaum Oh Gott, ich bin so behindert Warum hab ich keinen Luftballon drauf Okay Das könnte zu einem Problem werden Für unser Team Ja, ich merke, ich hab' eine ganz schön große Bodenschwäche Super Komm, steig schneller Das kann gar mal mit unser ganzes Team auseinandernehmen Und das Ganze Oh Gott Das ist halt auch noch Drain Punch Ach ja, ja, ich würde schnell Ich wäre ja noch mit dem Ding schneller Das sollte man eigentlich überleben Wenn es nicht so langen würde Easy Game So Just do it Jawohl Das Ding ist tot Und wenn wir noch Aquajet raushauen Jawohl Noch zwei Vorkomman Ja gut Dark Psycho Kann man Das können wir eigentlich noch Bisschen reinschicken Und versuchen Ein Brick Break Das zu ficken Ja Worth Glaube ich Nein, nicht mehr Worth Oder ist das auch Dings Oder wir machen nur 45 Komm Thunder Punch Jawohl Auch noch der Crit Nämt mich Kennt man Aber das Game ist verloren Glaube ich Und erst dann habe ich mir bei diesem Team Echt nur meine Favourite Pocomans rausgesucht War glaube ich nicht so schlau Ich glaube ich nicht so schlau Er kann es nicht so schlau Ich kann es nicht so schlau Aber das Ding istego Schlau Er ist ein ja wohl aber kurz nach die kalle das ist einfach nicht so gut egal ich habe noch eins raus Ei, 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 komm, wir haben ja Zeit. Das war gar nichts. Vertraut mir. So. Ähm, das Ding fickt mich irgendwie auch, hab ich so das Gefühl. Ich hab so das Gefühl, das Ding fickt mich auch. Egal, es weh. Oh, mein Fahntzahndabot, guck mich, wie du das machst. Mulon? Das kann ja nichts. Magic Gear Solid. Vollswitch. Ähm. Why not? Cobra. Cruncherino. Oh, Leute, jetzt ist es eine Doppelattacke. Ähm, ja. Ich glaub nicht, dass wir schneller sind und dass wir nicht tanken. Scheiße, ey. Ich hab überhaupt nicht einen Nm-Meter drin. Ich komm jetzt, der schneller. Mein Ding ist heute nicht so schnell, vertrau mir. Ja, ne. Das gäbe ich schwer verloren, würde ich sagen. Das gäbe ich schon verloren, glaub ich. Obwohl, kann man noch reißen. Das. Zack. Rotom. Vent. 6 event jetzt mobile die beider doch so ex Das ist Peppercuts. Ah, da kommt man nicht tanken. I'm a German. Eieiei, Leute. Das war meine ersten 12 End-U-Matches, ne? In End-U muss ich noch eine Menge lernen. Naja, nächstes Mal gibt's, glaube ich, wir OU. Das war's, haut rein. Euer Esteban!